Die TSG Hoffenheim gewinnt mit einem Kantersieg gegen Mainz 05 und Mainz hat sich ja schon in der ersten Hälfte geschadet, weil sie in Unterzeige gerieten. Und in meinen Augen ist das eine klare rote Karte. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob es den Elfmeter hätte geben müssen. Das sei mal dahingestellt, aber rot war es auf jeden Fall. Er war der letzte Mann. Es war ein klarer Verstoß und rot in meinen Augen auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, der Elfmeter von Kramaric, was soll man dazu sagen? Das war nichts. Also es war wirklich nichts. Also den hätten Kreisligaspieler vielleicht sogar besser geschossen. Also das war wirklich nichts. Vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit. In der zweiten Halbzeit allerdings ging es richtig ab auf meinem Kramaric. Kramaric machte seinen Fehler wieder gut mit dem 1 zu 0 in der 53. Dann Grischa Prömel, 69. auch wieder super rausgespielt, 2 zu 0. Monaz Dabour dann zum 3 zu 0 auch einfach nur fantastisch gespielt, mit der Hacke dann reingeschoben. Wunderschönes Tor. Dann nochmal Mainz, ein bisschen mit Ergebniskosmetik. Dominik Chor, immerhin sehr ehrenhaft, dass er noch das 3 zu 1 gemacht hat. Spricht auch für die Moral von Mainz, aber dann allerdings nochmal Kader Rabeck, 90 plus 2, den alten Abstand mit 4 zu 1 wiederhergestellt. Ja und Hoffenheim ist oben mit dabei in der Tabelle. Die Frage ist natürlich, können sie es halten? Aber heute auf jeden Fall ein starker Auftritt und ich bin gespannt, was sie in den nächsten Wochen leisten können. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao. Haut rein.